Eine sanierte 4-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln-Junkersdorf. Die Wohnung befindet sich in einem 3-Etagen-Haus und wurde 2014 saniert. Die Wohnung verfügt über einen Balkon und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 109 m² beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 1250 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.